Ein feuriges Heyho und damit herzlich willkommen zu meinem Kanal Trailer. Mein Name ist PhoenixPP und ihr seht hier was dieses Jahr auf meinen Kanal für Videos kommen werden. Ich wünsche euch viel Spaß und ich würde sagen wir starten direkt. Let's go! Ja, ich bin hier für die Geld, ich bin hier für die Fame. Though es might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold, you might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, came from California, trying to make it a life in school that never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home, I can do it on my own, but sometimes it gets cold. So it's like, oh, 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 oh. Cause it's cold outside and I don't know why, I'm just living my life, I'm just living my life. Who knows what it seems, got a pocket from a tree, so a world without a freeze, so enjoy the more place. I'm just living my life, I'm just living my life. There's nothing I want more, nothing else I want to see, to grab a mic and hit a stage and kill it on the scene. Persevering from my team so they can acquire cream. Find out what the words pays off really mean. Breathing life to a dream, my peers wouldn't believe, but I'm running out of breath or I forgot how to breathe. It's been colder than ever, nothing like I remember. Like spring is the winter and every day is like December, so bring out your coats, bring out your sweaters. There's no telling when this weather is gonna get better. Cause I remember the moments when I was taught as a joke. Now they're giving me handshake, saying it was a joke. But I ain't joking around, I'm trying to give you all hope. But you can do it if you want it, man, you drive your own road. Yeah, no book full of raps by the end of every glass. Ein feuriges Heyho und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Phoenix PP. Vor circa zweieinhalb Monaten habe ich ein Video über Megalodon gemacht. Das kam bei euch sehr gut an von den Likes, von den Klicks und auch von den Kommentaren. Und mir hat es halt eben mega Spaß gemacht, dieses Video aufzunehmen. Deshalb habe ich mir gedacht, bringe ich ein weiteres Video über Megalodon. Ein feuriges Heyho und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Phoenix PP. Heute mal wieder ein Fünf-Fakten-Video. Und zwar gibt es heute ein Fünf-Fakten-Video über den bekanntesten Dino aller Zeiten. Und zwar um den Tyrannus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017